Ich habe ja schon diverse Holster vorgestellt. Ein weiterer Hersteller, interessanter und schöner Holster ist Geomaniac. Was unterscheidet Geomaniacs von manch anderem Holster? Einer der maßgeblichen Unterschiede zwischen Geomaniacs und den bereits vorgestellten Holsterherstellern ist, dass Geomaniacs Custom Holster baut. Custom Holster in der Beziehung, dass sie für eine Vielzahl unterschiedlicher Waffen die Holster soweit möglich gemäß den Anforderungen des Kunden individuell anfertigt. Das bedeutet zwangsweise auch, Stangenware gibt es dort in dem Fall nicht oder nur sehr wenig. Das bedeutet aber auch, dass viele Holster für viele verschiedene Waffenmodelle angeboten werden können. Wo manche Hersteller sich auf einige wenige oder mehrere Waffenmodelle, die im Mainstream Bereich sind, konzentrieren, geht Geomaniacs hin und sagt, Okay, für diese Waffen habe ich bereits das Werkzeug da, die Formen dafür, die wir per Laser eingelesen haben, habe ich dafür keine Form, dann brauche ich ein Muster. Entweder brauche ich die tatsächliche Waffe oder eine Blue, Green Gun, wie auch immer, um die Maße zu nehmen, um das Holster für dich anzufertigen. Warum spreche ich dieses Thema jetzt in der Form nochmal an? Nun, das ist relativ einfach. Denn wer meinen Kanal verfolgt hat, weiß, dass ich auch das Mantis X benutze. Gerade jetzt in dieser Lockdown-Zeit habe ich es auch verhältnismäßig oft genutzt. Wesentlich häufiger als früher. Das Mantis X10 Elite unterstützt ja, wie ihr wisst, auch das Training ziehen aus dem Holster. Wie soll das aber gehen, wenn ich kein geeignetes Holster für meine Waffe habe? Genau hier kommt Geomaniacs ins Spiel. Ich hatte ja bereits zwei Holster für Nutzung des Mantis X vorgestellt. Einer der Downsides dieser beiden bereits vorgestellten Holstermodelle ist, es gibt sie nur für ein Waffenmodell, nämlich für die Glock. Was mache ich aber zum Beispiel, wenn ich eine Walther habe? Was mache ich, wenn ich eine Shadow 2 habe? Was mache ich, wenn ich eine CZ-P10 habe? Für die gibt es, stand jetzt meiner Kenntnis nach, keine Holster, die in der Lage sind, dieses spezielle Waffenmodell inklusive Mantis aufzunehmen. Und genau hier kommt Geomaniacs ins Spiel. Wir haben jetzt auf der einen Seite traditionell Glock 17. Ich weiß, das gibt einen Lacher, ein Ami mit der Deutschlandfahne auf dem Holster. Aber ich finde es eigentlich sehr schick. Ihr seht, die Formgebung ist ein ganz klein wenig anders als das, was ich bislang vorgestellt habe. Wir haben an diesem Holster drei Stellschrauben, um den Ziehwiderstand einzustellen. Und wir haben die Möglichkeit, die Waffe, in diesem Fall meine Glock 17, samt Mantis X aufzunehmen. Hier das X10. Schön ist hier auch, ich kann das Mantis abnehmen. Und trotzdem wird die Waffe sicher im Holster gehalten. Das heißt, ich habe hier den Dual Use an diesem Holster mit, wie auch ohne, montiertem Mantis X. Als zweite Variante haben wir jetzt hier in einem Grün, auch eine schicke Farbe, mit Carbon Look für meine CZ-P10F. Das ist somit das erste Holster, das ich in die Finger bekommen habe, das in der Lage ist, meine CZ-P10F, die Full Size, inklusive montiertem Mantis X aufzunehmen. Finde ich eine ziemlich geile Sache. Auch hier, Mantis X runter, Waffe geholstert, sie wird sicher gehalten, so wie es sein sollte. Auch bei diesem Modell, Ziehwiderstand über drei Einstellschrauben festlegbar, damit sehr flexibel und sehr gut einstellbar. Ziehwiderstand ist super, das heißt, ich habe einen sehr geringen Ziehwiderstand, was ein schnelles Ziehen ermöglicht. Preislich liegen wir bei diesen Custom Holstern bei einem Preis ab 99,95 Euro ohne Montage in den Farben Schwarzoliv oder Coyote. Die Lieferzeit beträgt drei bis acht Tage, wenn die Form bereits vorhanden ist. Ist keine Form vorhanden und die Waffe muss digitalisiert werden. Ihr könnt zu Gear Maniacs fahren, wenn ihr die Fahrt auf euch nehmen wollt oder in der Nähe wohnt und könnt dort eure Waffe entsprechend digitalisieren lassen. Oder die Form muss halt entsprechend, oder das Muster muss entsprechend beschafft werden. Dann dauert es zwei bis drei Wochen, bis das Holster geliefert werden kann. Ein weiterer Vorteil dieser Holster ist, es gibt unterschiedliche Montagevarianten. Die verwendbaren Montagen sind von Safariland, Blackhawk, G-Code, Blaytech und Teclog. Ihr könnt nachfolgende Montagen zusätzlich zu den Holstern mitbestellen. Ihr könnt das Blackhawk Heavy Duty Belt Loop, Blackhawk Serpa Plattform Ambidextrous, beidseitig nutzbar, Blackhawk Jacket Slot Duty Belt Loop. Das ist das, was bei mir zum Beispiel an dem Glockholster dran ist. Ihr könnt den Blackhawk Midride Duty Belt Loop, Blaytech Duty Drop & Offset sowie das Comtag Teclog bestellen. Ich werde heute im Training diese Holster zum ersten Mal auf der Range mitverwenden und danach auch nochmal einen Erfahrungsbericht abgeben. Aber das, was ich bis jetzt hier in meinem heimischen Trockentraining mitbekommen habe, finde ich diese Holster sehr gut. Der ein oder andere mag jetzt sagen, 100 Euro aufwärts für ein Holster ist viel Geld. Ich sage nein, ist es nicht, denn ihr habt hier wie bereits erwähnt Dual Use. Das heißt, ihr könnt die Waffe mit wie auch ohne montiertem Mantis X verwenden. Und das macht dieses Holster wiederum relativ günstig, weil ich kein Holster, wenn ich das machen möchte, für das Training zu Hause mit dem Mantis separat benötige. Ich kann ein und dasselbe Holster verwenden auf der Range mit wie auch ohne Mantis X, genauso auch wie zu Hause im Trockentraining. Das heißt, ich brauche lediglich ein Holster und nicht zwei, drei. Ein weiterer Aspekt, der den Preis auch durchaus ausmacht, ist der Fakt, dass es maßgefertigte Holster sind, Custom-Holster. Sie werden individuell gefertigt. Damit dauert das Ganze ein ganz klein wenig länger als vielleicht Stangenware. Und da ist der Preis, wie schon erwähnt, durchaus gerechtfertigt. Das sind die Gear Maniacs Custom-Kidex-Holster. Ziemlich geil und sie haben auch noch ein paar weitere schicke Sachen bei sich. Einfach mal bei Gear Maniacs vorbeischauen. Link poste ich euch wie gehabt unten.